Es war Emotionen. Lieber SV Exheim, liebe Christine, wir die Profis des SV Exheim, wir wissen, wie speziell und schwierig das Jahr war. Ich war so gut. Die Profis des FC Ingolstadt 04 und das Team der Audi Schanzer Fußballschule wünschen euch, eurem Verein und allen Teilnehmern des Audi...des Camps. Wir wissen, dass es speziell für euch ein ganz besonderes... Lieber SV Hutturm, lieber Alexander, lieber Sascha. Die Profis des FC Ingolstadt 04 und das Team der Audi Schanzer Fußballschule wünschen euch, eurem Verein und allen Teilnehmern des... Gut. Un año turbulento ha quedado atrás, miremos juntos hacia 2021 con esperanza y confianza. Les deseamos a ustedes y sus familias un Feliz Navidad. Un año turbulento ha quedado atrás, miremos juntos hacia 2021 con esperanza y confianza. Os deseamos a ustedes y sus familias un Feliz Navidad. Alegramos... Enormemente... Nein, du schattest. Wie so ein Idiot. Hab ich auch nie vergessen? Ja. Das ist schlimm? Das ist echt schlimm? Boah, ist das blöd. Ja, das ist doch egal. Das ist... Ich schwöre, das ist egal. Ey, Soccer. Drei Sprachen hier. Soccer Camp in Pueblo. Boah, das war perfekt. Ey, fuck. Die FC Ingolstadt Soccer Camp. Das war er. Und den behalten wir. Boah, das wird so lange dauern. Okay. Das wird echt lange dauern, Leute. Boah. Ich hab dir gesagt, das wird Probleme geben. Kann das nicht Christina für mich machen? Lieber Andi, liebes Team Schreinerei Ludwig Meier. Von ganzem Herzen möchte ich mich im Namen der Schanzer für dieses schwierige... Ach, ich bin so ein Flutschfinger. Dennis, Alter, jetzt konzentrier dich einmal. Bruder, das ist voll der Film. Du kannst es lange dauern. Bruder, lass mich und ich brauche. Ja, ja, schwer. Ich hab gleich einen Termin bei Dr. Farb. Ja, danke. Komm da. Ja, ja, komm da hier. Das ist nicht so einfach. Hier im Rampenlicht. Ich steh nicht so gerne im Rampenlicht wie du. Ja, jetzt mein Gelehrer. Amoz! Yes! Okay, Bunti, jetzt guck zu, mein Freund. Ah. Lieber Tan, liebe Familie Altschai, liebes Secura-Team. Vom ganzen Herzen möchte ich mich im Namen der Schanzer Familie... Warum Familie? Lieber Tan... Wirklich lachen wir. Wir wissen, dass du gerade... Ich hör so gut. Mach kein Auge. Ja klar, ich werd warm langsam. Lieber Herr Wilczynski, liebes Wienachsteam. Vom ganzen Herzen möchte ich mich im Namen der Schanzer bei euch... So richtig mit Betonen und so. Hast du das gemerkt? Wir wissen das gerade in diesen turbulenten Zeiten ganz besonders zu schätzen, dass ihr... Nein! Du! 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 Du, Christian! Du! Liebes Team der Büchel, oder? Büchel? Der Büchel. Entsorgungswirtschafts-Wirtschaft. Okay. Liebe Familie Büchel, liebes Team der Büchel Entsorgungswirtschaft GmbH. Von ganzem Herzen möchte ich mich bei euch im Namen der Schanzer... Okay, ist schon wieder Fallschrung vertreten. Das darf ich leider nicht sagen, weil du hast mich schon so durch die Kamera angeschaut. Okay. Geht? Ich schau immer auf Chris hier. Geh mal ein bisschen her, genau. Liebes Leitinger Team, von ganzem Herzen möchte ich mich bei euch für die Unterstützung... Nein! Stopp! Lasst uns froh und munter sein, wie es hier steht. Kommt zur Ruhe nach diesem turbulenten Tag. Tag! Tag! Was für Tag! Ja! Ja! Ich war so gut da! Oh! Schiss! Was für Tag! Heute ist Donnerstag! Aber ich will doch das Jahr sagen! 2020! Okay. Danji, Ninimanda, Bulipuzi. Juni, Hamann, sorry. Das Ding ist jetzt wieder ein wenig zu langsam, ich will immer warten. Lieber Franz, lieber Herr Wiesberg, liebes Team der Audi & Services, sorry. Events & Services, kruzefix. Wir wissen es, gerade in diesen turbulenten Zeiten ganz besonders zu schätzen, dass Sie die Treue zum FCI halten. Wah! What? Was habe ich da gesagt? Gratikalisch war es richtig? Ja, schon. So, aber ich habe mir das selber gedichtet. Lieber TSV Großmehring, lieber Fabi, die Profis… Nee, das spricht Tino. Ah, stimmt. Das spricht Tino. Stimmt. Lieber Tino. Die Profis des FC Ingolstadt. Servus, ciao! Tschau! Lieber SV Rot-Weiss-Haramar, lieber… Dirk. Okay. Mach mal den nochmal, weil du bei Speziellen bisschen gezögert hast. Toh! Das ist kritisch, ey. Lieber SV Salamander, Thürkheim, lieber Jürgen, die Profis des FC Ingolstadt 04 und das Team der Audi Schanzer Fußballschule wünschen euch, eurem Verein und allen Teilnehmern des Camps Scheiße. Scheiße. Lieber SV Sölhüben… Das ist ja auch ein maliger Name. Lieber TSV Geimersheim, lieber Martin. Die Profis des FC Ingolstadt 04 und das Team der Audi Schanzer Fußballschule wünschen euch, eurem Verein und allen Teilnehmern des… Oh. Das Oh. Scheiße. Ich check nicht, was mit mir los ist. Mitten im Satz denke ich an was anderes, als an das, was kommt. Ich weiß es anders. Grüß euch, servus. Ich weiß, dass es speziell für euch und eure Mannschaften… Mann, ey. Liebe Fußballerinnen und Fußballer… Okay, warte. Es kommt ein besseres Jahr. Lass es uns gemeinsam angehen. Okay. Ich mache keinen Fehler mehr mit Ansagen. Liebe Fußballerinnen und liebe… Ah, okay. Nee, nee, alles gut. Liebe Fußballerinnen und liebe… Wieso sage ich Liebe wieder? Lieber Herr Riedmeier, liebes Volksbank, Raiffeisenbank, Bayern Mitte Team. Nein. Liebes Team. Niemals intim, intim, was? Ich wünsche euch und eurer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest mit erholsamen und… Nein. Mit erholsamen Feiertagen. Mit erholsamen Feiertagen. Mit besinnlichen und erholsamen Feiertagen. Nee, wenn, dann müssen wir es ja genau eins zu eins machen, ne? Mi, 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 mi. Lieber Oberbürgerme… Ich wünsche euch und eurer Familie ein frohes Weihnachtsfest. Ach, nee! Liebe zwölfte Legion. Alter, alter, alter. Liebe zwölfte… Person. Person. Ey, was ist das, Legion? Ey, bitte. Lieber TSV Lenting, lieber Josef, lieber Franz. Wir, die Profis des FC Ingolstadt 04 und die… Ach, das war so schön. Das war so schön. Da das Jahr 2021… Ey, du, mach nicht so ein Gesicht. Lieber TSV Neumarkt, St. Veit. Lieber Stefan. Wir, die Profis des FC Ingolstadt 04, wünschen… Alter, nein. Haben wir hier wieder so eine Sache, wenn man versagt. Lieber TSV Rotztal Münster. Was ist das? Lieber TSV Vöhring, lieber Gutti. Lieber TSV Vöhring, lieber Gutti. Wir, die Profis des FC Ingolstadt 04 und das Team der Audi-Stand. Ey, Mann, Lukas, was ist mit dir? Ja… Das war's für heute.